Hallo ihr seht und willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr schon gesehen habt, es ist ein Primer-Core. Ich habe ein bisschen was eingekauft. Eine große Tüte voll. Die Preise blende ich euch dann irgendwo hier im Bild ein. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. So, dann fangen wir jetzt auch mal an mit dieser Hose. Und irgendwie fand ich die total cool. Die hatte, äh, solche ähnlichen hatte auch der Aldi. Okay, davon wollte ich eine haben, aber hatte er sie nicht mehr. Da war ich heute bei Primarkt. Also, ich weiß nicht, wann ihr das seht, aber für mich war es heute, also Montag. Und ich fand es halt so cool, weil die hier oben so einen breiteren Bund haben. Und hier diese komische Optik und dann hier unten wieder so enger, so eine etwas labrigere Haushose. Und das hat, äh, 5 Euro gekostet, war runtergesetzt auf, äh, also von 12 auf 5 Euro runtergesetzt. Schmeißen wir das mal weg. Ja, und weil ihr nicht eine Mutter habt, habe ich mir sie gleich zweimal geholt, weil ich hab nur zwei Haushosen und dann, ne, gleicher Preis. Ist auch genau die gleiche, also, die ist echt cool und sie ist auch schon warm. Also, auch was für im Winter. Weiter geht's. So, dann gucken wir jetzt mal. Und noch eine Hose. Und zu der Hose möchte ich jetzt noch was sagen vorher. Und zwar, ähm, als Dagi und Timo in L.A. waren, hatten die solche ähnlichen Hosen an. Und ich fand die einfach nur cool. Auch die Dagi hat so eine. Und, ja, ich zeige sie jetzt mal so. Das ist auch wieder so eine Haushose. Mit hier unten enger. Aber was ich hier cool finde, ist, dass die so, hier so breit ist. Halt so ein bisschen auf, ähm, Baggy Style. Hat hier auch wieder schön.